Auf dem Fuß hier ist mir schon mal ein Bohrer draufgefallen. Ein Steinbohrer. Ganz lange. So lang. So dick. Beim Schaugen. Baff. Oh ja. Von Fuß gefallen. Wann geht's los? Ja, und nicht mehr lange. 10 auf 54, 10 auf 45 fährt er los. Dann fährt er eine halbe Stunde. Dann sind wir acht. Also mehr als eine viertel Stunde. Alle Stunden sind verdacht. Guck mal. Hey, was soll los? Wie viele Minuten jetzt noch? Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden. So piebelig mal. Ist ganz schön dunkel, ne? Ja, weil wir gerne. Ich will mal im Dunkel sitzen. Wenn wir auch nochmal durch ganz dunkel. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wow, jetzt fahren wir auf eine Weiche. Das ist schön, das gefällt mir gut. Nächstes Stop, Düsseldorf Airport. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das ist schön, das ist schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Da, ich will doch noch was mit. Das ist auch schon kalt, oder? Und die Tee? Ja, oder mit Apfel. Milchsand? Ja. Jetzt sagen wir, ob das erstmal abwarten. Ja, das ist passiert, man schreit ja auch. Kannst du auch schon ein paar Geschäfte sagen? Und so eine Blase? Ja, aber deine Mama hat oft so Blasen im Hund gehabt. So oft, ja. Guck mal. Ja, aber deine Mama hat oft so Blasen im Hund gehabt. Oh, das geht ja nicht so gut. Oh, was ist da? Ja, ja. Gibt es hier? Gibt es hier? Das schmeckt zwar nicht gut, aber es kann man nach vorne, und das betrifft das auch nicht sehen. Gibt es da? Was? Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht sehen. Ja. Wissseldorf, Lukas. Wissseldorf Airport. Ah, Airport. Wissseldorf. Wissseldorf. Wissseldorf Flughafen. Da ist der Flughafen. Oh nein. Aber kann man nicht viel von sehen. Wissseldorf. 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 Wissseldorf.